Prosta Natur Plus für alle Männer dieser Welt, zumindest wenn sie über 40 sind, spätestens dann, wenn sie nachts öfter aufstehen sollten und nie mehr durchschlafen können, zur Toilette gehen müssen, der Harnschrat sich verändert. Bitte nehmen Sie es unbedingt ernst, weil jede Veränderung der Prostata führt irgendwann mal zu etwas, was wir alle nicht wollen. Hier sind Schätze drin, die ihre Prostata wieder in eine normale Größe bringen und eine Einzelkapsel reicht aus. Und meine lieben Freunde, ich kann Ihnen nur eins sagen, liebe Männer, sprecht ruhig drüber, geht zum Arzt zur Vorsorge und nehmt die Kapsel.